So liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Slender v Arrival. Wieder mit euren Didi. Ja, beim letzten mal haben wir die acht Seiten eingesammelt und wir befinden uns jetzt in einer Waldlichtung und ich würde mal sagen, wir laufen einfach mal los, ne? Ein kleines Häuschen. So, wir gehen mal auf diesen Weg hier. Mal gucken, wo der uns hinführt. Okay, hier können wir schon mal nicht links. Oha! Ich glaube, wir müssen da rein. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich hoffe jetzt nicht, aber anscheinend doch. Die Musik wird auch schon immer schlimmer. Hilfe! Okay. Hm. Und da ist schon wieder dieses... diese Anzeige von dem thermisten Kind. Tja. Oha, hier geht's jetzt ins Dunkle. Sieht aus wie eine riesige Lagerhalle. Irgendwie. Ich zeige schon wieder diese düsteren Stürmen. Wahrscheinlich, weil ich denen ein Zettel aufgesammelt habe, aber... ... Keine Ahnung, ich bewege mich an irgendwie in Stormmotion. Sooo... Coolman Mining Co. Okay. Scheint eine riesige Anlage zu sein, aber ich glaube ich muss hier links. Oh, ein Bild. Okay. Okay. Ah, hier geht's links. Okay. Bin schon wieder völlig aus der Puste. Get to the Tower. Okay. Anscheinend muss ich da hoch. Ah ja, anscheinend. Ja, ich hab's irgendwie gewusst, dass ich die Generatoren aktivieren muss. Oh man. Sechs Generatoren. Oh. Oh. Oh zack. 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 Dieses Echo Geräusch, ey. Das macht einen ja richtig... ...fettig, ey. War's gut gemacht. Vom Sound her. So, gehen wir mal hier längs. Ah, noch ein Generator. Sehr schön. Bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich hoffe nix schlimm ist. Ah, noch ein Generator. Sehr schön. Das ist reine Glückssache glaube ich jetzt. Die anderen finde ich bestimmt nicht so schnell. Was für ein Teufel ist das für ein Geräusch? Oh. Oh, Alter. Wer bist du denn? Alter. Oh. Oh, Alter. Wer bist du denn? Hau bloß ab, ey. Wer bist du denn, Alter? Lauf, 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 lauf. Alter. Weiche Kreatur. Weiche. Sonst... Blende ich dich. Alter. Ist hier einer drin? Ist hier einer drin? Ist hier einer drin? Ja, auf dem Klo bestimmt nicht. Oh, ich geh hier hoch. Lauf doch! Alter. Ey. Ganz ernsthaft. Das ist ja voll creepy. Oh. Warte. Ich hab sie gehört. Alter, hau bloß ab. Ich weiß nicht, von wo die kommt. Alter, von wo? Alter, wo ist die? Oh, da hinten kommt sie. Oder sie. Oder sie. Oder sie. Nee, egal. Er. Er, sie, es. Geh weg. Alter. Ja. Soll ich hier, soll ich jetzt sechs Dinger finden? Da ist noch einer. Weg mit dir. Weiche. Sonst trifft dich der Mantarochenstrahl. Hier war ich auch schon. Tschüss. Was? Alter. Links, rechts, links. Geradeaus. Keine Ahnung. Oh. Das ist so creepy. Das ist so creepy. Ist da was drin? Alter. Ja. Macht schon so komische Geräusche. Das ist ja schlimm. Alter. Wie schnell ist die? Und woher weiß die mal, wo wir sind? Ist das dein Zuhause? Oder warum das... Ich weiß, dass du Probleme hast, aber das sieht nicht an mir aus. Hilfe. Oh fuck. Er hat mich eingegangen. Ah. Fail. Ey, hau. Ja. Weiche. Komm schon. Lauf. Haha. Ausgetrickst. Hier war ich noch gar nicht. Ja. Hier ist noch einer. Komm schon. Einen noch. 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 Ich gehe jetzt hier alle hoch. Komm schon. Komm schon. Da unten ist er. Wie komme ich jetzt da runter? Da hinten ist die Treppe. Treppe, 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 Treppe. Ja. Verschwinde. Gleich bin ich fertig. Haha. Ich kann es für mich nicht mehr erwischen. Was auch immer du bist. Ja. 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 So. Und jetzt muss ich nur zurück. Und jetzt muss ich nur zurück. Gut. Ich habe alle Generatoren. Jetzt muss ich nur zu dieser Plattform. Komm. Geh weg. Ich bin da. 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 Wahrscheinlich ist die weg. Wir sehen uns wieder. Und auf geht's. Cool. Jetzt? Geht's weiter? Ah. Level geschafft. Oh. Ey. Ich... Jetzt ernsthaft. Ich... Das war... Ziemlich... Gruselig. Auch... Ja... Also ich fand das... Gruseliger als mit den 8 Seiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil... Die Geräusche... Du weißt nicht von wo... Diese Kreatur oder wer auch immer das ist... Oder es ist eine Kreatur oder ein Mensch ist... Oder es war mal ein Mensch. Auf jeden Fall... Du weißt nicht von wo die kommt und... Näh. Naja Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und... Äh... Ja. Wir sehen uns dann wieder mal... Im nächsten Part wieder. Ne? Bis dahin. Euer Didi. Tschüss. Отечerungen sein in narivesalnceğim. Ding. Wind với Kontinärung. Deозможно,